Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Artikelserie zum Thema komplexe Gruppenschaltung. Heute soll es um die Berechnung der Stromstärken gehen. Ich lege noch mal die Aufgabe auf und zwar hatten wir diese Schaltung hier zu berechnen. Wir haben bislang alle Impedanzen berechnet, das heißt wir haben die Einzelpedanzen beispielsweise dieser Induktivität berechnet und dann die Gesamtimpedanz Z1 aus R1 parallel zu L und auch die Impedanz der Kapazität und dann die Impedanz Z2, Parallelschaltung aus Widerstand R2 und dieser Kapazität. Die Gesamtimpedanz haben wir berechnet, indem wir im Prinzip dann dieses Z1 und dieses Z2 in Reihe geschaltet haben. Dann haben wir die einzelnen Spannungen berechnet bzw. der Olaf hat das für uns getan. Also die Spannung U1, die an Z1 abfällt und die Spannung U2, die an Z2 abfällt. Ja und heute soll es um die Ströme gehen, also die Stromstärken, die einmal durch R1 fließen, durch XL fließen, durch R2 fließen und XC fließen. Ok, gucken wir nochmal nach, was wir alles haben. Wir haben diese Impedanz berechnet, einmal XL und einmal XC und wir haben den Gesamtstrom berechnet, also den Strom, der hier in unsere Schaltung fließt. Hier hat Olaf im ersten Video ausgerechnet und zwar kommt da 54 mA im Winkel von minus 1,63 Grad heraus. So, zudem haben wir die beiden Spannungen U1 und U2. Also U1 hat Olaf ausgerechnet und U2 entsprechend genauso, sodass wir diese Werte gegeben haben und nun anhand dieser Werte die noch fehlenden Ströme berechnen können. Das ist zum einen der Strom, der hier durch den Ohmschen Widerstand geht, das ist der Strom IR1. Der Gesamtstrom teilt sich hier auf, einmal in den Strom durch den Widerstand und den zweiten Strom durch diese Induktivität. Das heißt, wir müssen noch unser IL berechnen. Danach fließt der Strom wieder zusammen und teilt sich hier entsprechend wieder auf, einmal in den Strom IR2 und in den Strom IC. Die Ströme können wir am einfachsten berechnen, indem wir uns mal angucken. Wir kennen ja die Spannungen an den einzelnen Impedanzen und dann können wir, wie im Gleichstromfall auch, berechnen. I ist gleich U geteilt durch die Impedanz. Das heißt, wenn wir die Spannung an dem Ohmschen Widerstand kennen, dann teilen wir durch R1 und kennen den Strom IR1 und entsprechend auch für XL, für R2 und für den Kondensator auch entsprechend. Okay, diese Aufgabe werde ich mal wieder dem Olaf rüber schicken, der für uns mal wieder alles durchrechnet. Und dann in der nächsten Folge, dann werden wir uns die Ergebnisse mal angucken, wenn die Ergebnisse interpretieren. Wir werden beispielsweise sehen, dass wenn der Strom hier sich aufteilt, dass wenn wir die beiden Ströme addieren, den Strom IR1 und den Strom IL, dass dann der Gesamtstrom wieder herauskommt, der sich wieder aufteilt. Und das werden wir dann ganz schön an den Zeigerdiagrammen sehen, der einzelnen Ströme.